Wir wollen uns einmal ansehen, ob wir uns eine Regel zum Integrieren einer Cosinus-Funktion herleiten können. Dazu notieren wir uns diese zunächst einmal als das unbestimmte Integral von Cosinus x nach dx. Wir nehmen also die einfachste Cosinus-Funktion, die wir uns vorstellen können, ohne Vorfaktor und ohne Polynom. Im nächsten Schritt fällt uns vielleicht nicht sofort eine allgemeine Integrationsregel ein, die uns hier helfen könnte. Das heißt, wir schreiben uns unser unbestimmtes Integral auch erstmal nur allgemein hin. Und das unbestimmte Integral sind ja immer alle Stammfunktionen. Das wäre also hier die Stammfunktion plus die Integrationskonstante c. Und jetzt gehen wir wieder nach der Methode unseres Umkehrschlusses vor, indem wir uns fragen, welche Funktion ergibt denn abgeleitet unsere Ausgangsfunktion Cosinus x? Denn diese Stammfunktion hier hat ja die indirekte Eigenschaft, dass sie abgeleitet immer wieder diese Ausgangsfunktion ergibt. Ja, und die Antwort ist recht einfach. Das ist Sinus x. Das heißt, das unbestimmte Integral von Cosinus x, dx, ist Sinus x plus c. Uns interessiert natürlich immer die Frage, wie das jetzt für eine ganz allgemeine Cosinus-Funktion aussieht. Und die definieren wir immer mit a mal Cosinus z, wobei a eine reelle Zahl als Vorfaktor ist und z ein Polynom n-ten Grades. Wenn z ein Polynom ist, dann tauchen da ja ganz viele Integrationsvariablen auf. Das wäre ja x, steckt dann in diesem z drin. Und Cosinus wäre dann sozusagen die äußere Funktion dieser Verkettung. Und jetzt kommen wir schon an diesen harten Punkt, wo wir sagen müssen, es gibt leider keine allgemeine Kettenregel fürs Integrieren. Das heißt, so wie das hier dasteht, bekommen wir das nicht integriert. Es gibt aber den Sonderfall, dass z ein Polynom ersten Grades ist. Dort kann dann über die Substitutionsregel eine einfache Kettenregel hergeleitet werden. Und das wollen wir uns jetzt anschauen. Für die Substitutionsregel brauchen wir zwei Voraussetzungen. Wir brauchen zunächst einmal ein Produkt, welches aus einer Verkettung besteht, also einer äußeren und inneren Funktion, das haben wir hier erst mal gegeben, und einer inneren Ableitung. Das haben wir hier erst mal nicht gegeben. Wir haben hier nur unsere Verkettung Cosinus z, aber die innere Ableitung von z fehlt. Also z' taucht hier noch gar nicht auf. Und um die mit ins Spiel zu bringen, bedienen wir uns des Tricks des Erweiterns. Das heißt, wir multiplizieren das Ganze hier an dieser Stelle mit 1, und dann stellen wir diese 1 als Bruch dar, wo Zähler und Nenner gleich sind. Das heißt, wir können für Zähler und Nenner einfach irgendwas einsetzen, solange sich das rausküsst, ist das vollkommen okay. Und da wählen wir geschickterweise z' aus, denn diese Variable finden wir im Integranten noch nicht vor. Aber wenn wir damit erweitern, taucht sie auf einmal auf. Und was auch auftaucht, ist dieses Malzeichen, welches oft nicht hingeschrieben wird. Das machen wir uns hier zwischen unserer Erweiterung und dem dx deutlich. Und im nächsten Schritt überlegen wir uns, wenn z ein Polynom N-Grades ist, dann haben wir immer das Problem, dass in z' ja trotzdem noch unsere Integrationsvariable x mit auftauchen könnte. Also in diesem Teil und in diesem Teil. Und dann würde sich das Ganze hier überhaupt nicht lohnen. Wir hätten dann ja ein richtig echtes Produkt dastehen. Die Produktintegration wäre aber nicht anwendbar, weil das ja eine Verkettung ist, und wir müssten hier stoppen. Für unseren Fall, den wir hier betrachten, nämlich dass z ein Polynom ersten Grades ist, haben wir jedoch die Besonderheit, dass z' dann nur noch eine Zahl ist. Und wenn das nur noch eine Zahl ist, können wir das dann mit der Faktorregel des Integrierens einfach vor das Integral ziehen, wenn wir das möchten. Und wir sind jetzt besonders schlau. Wir wollen also den Faktor a und dieses untere z, das wollen wir vor unser Integral ziehen, indem wir daraus einen Bruch bilden und das dann mit dem Integral multiplizieren. Und im Integranten ist jetzt sozusagen dieses Zähler z', das ist jetzt nach unten gerutscht. Und jetzt haben wir genau die Voraussetzungen für die Anwendung unserer Substitutionsregel. Wir haben also hier vorne eine Verkettung mit der inneren Funktion z als Polynom ersten Grades und der äußeren Funktion cosinus. Und dahinter haben wir einen Faktor, wo die innere Ableitung z' auftaucht. Und da, für diesen Fall, dürfen wir laut der Integration durch Substitution z' mal dx mit dz ersetzen, sprich substituieren. Das heißt, wir wechseln unsere Integrationsvariable von x nach z, was uns besonders freut, denn die taucht hier ja auch direkt wieder auf, sodass wir unsere Regel von vorhin direkt anwenden dürfen. Und damit können wir jetzt dieses unbestimmte Integral, welches hier neu entstanden ist, auch direkt angeben. Das ist nämlich einfach nur sin z plus c. Ja, und dann können wir, wenn wir das wollen, auch nochmal über den Bruchstrich packen. Und dann wäre das die Integrationsregel für eine einfach verkettete Cosinus-Funktion. Das bedeutet, unser Polynom ist nur ersten Grades. Sonst können wir nicht integrieren. Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich und auch erleuchtend. Im nächsten Video werden wir uns dann mit der Herleitung einer möglichen Integrationsregel für die Tangensfunktion beschäftigen. Und das ist auch einigermaßen verständiger. Vielen Dank.